Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu A Story About My Uncle. Nachdem wir es geschafft haben, in der letzten Folge eigentlich diesen ganzen Schluchten entgegen zu kommen, mit purem Glück, sind wir jetzt wieder in der Höhle zurück und müssen uns wieder den Weg zurück bahnen, auf den wir hergekommen sind. Was ist das? Oh, eine Rechte-Rakete. Was ist das jetzt? Well, I had realized that each one of their letters represented one of ours. Maybe I could remember the writings that Maddie read to me in the chasms. Haha. Mist. Nein. Da hatte ich es doch. So, gespeichert. Oh, so. Wollange muss ich da oben? Oh, ich muss da oben lang. Okay. Ah, jetzt verstehe ich, wie es funktioniert. Nein, 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 nein. Verdammt. Also, die stürzt man echt ab. Sehr oft ab. Nein, ich will nicht wieder fallen. Mann. Puh. Ach, da muss ich lang, okay. Ist mir gerade jetzt aufgefallen. Ah, Mist. Ach, ich muss einmal um die Ecke denken. Geschafft. So, geht das. Den hätte ich erreichen können. Den hätte ich erreichen können. Oh. Oh, tschüss. Der tiefe Fall. Boing, oh. Ich weiß wie viel am Anfang. Mist, ey. Das ist auch kompliziert, ey. Ach, Mensch. Also ich habe einen Reflex wie in Steine. Was nutzt mir das jetzt aufgeladen? Das nicht funktioniert, ey. So. Na, ach, das darf nicht wahr sein. Nein, 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 nein. Ey, ich glaube es nicht. Warum ist das so kompliziert? So. Wie komme ich jetzt da vorbei? Mist. Ich hätte es fast geschafft. Oh, das darf nicht wahr sein. Ich kriege hier den Anfall. Ich muss einmal um die Ecke denken, ey. Nicht, 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 nicht. So. Ey, ich flippe aus. Das darf nicht wahr sein. Ach, Mensch. Ey, die Steine sind so scheiß verwinkelt, dass man immer runterfällt. Siehst du? Man muss echt zack sein, um das zu schaffen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh. Wie schaffe ich das jetzt, darüber zu kommen? Ich muss was springen. Aber ich bin jetzt hier gelandet. Interessant. Oh, cool. Wo bin ich hier gelandet? Interessant. Oh, interessant. Interessant ist interessant. Ich bin jetzt hier gelandet. Oh, geschafft. Danke, Speicherstand. Danke, 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 danke. Wirklich. Wie schaffe ich denn jetzt? Wee! Ein weiteres Feuersignalrappete. Äh, Signalfeuer, meine ich. Er scheint in der Nähe zu sein. Aber wie komme ich jetzt... Ah. Ehh, verdammt. Aber ich hab wenigstens einen Schritt weiter. Boah. Hab. Da unten lang? Oder etwa? Uuuups. Geschafft. Ne, die Aufzeichnungen sind mir sowas von egal. Ich will hier weiterkommen. Äh, verdammt. Mist. Da lang muss ich. Okay. Weiß ich Bescheid. Ey. Ich komm da noch ran. Oh, geschafft. Oh, geschafft. So. Ist mir das jetzt ein bisschen einfacher gemacht, oder was? Ja, war ein Sprecherpunkt. Nein. Das war ein bisschen erfolgreicher als in der letzten Folge. Mist. Der Stein ist auch doof platziert. Mann. Neee. Nein! Ich hebe mir das jetzt gut auf. Ich hätte es fast geschafft. Fast, fast, fast. Das scheint jetzt einfacher zu sein, komm schon, das schaffst du. Und flups, weg war ich. Jawohl. Hihihihihi. Geschafft. Jawohl. Danke, Speicherpunkt. Danke, 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 danke. Oh. Wollang müssen wir denn? Tief ins Innere, oder was? Hä? Wo müssen wir denn lang? Komm, 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 komm. Bäh. Okay, dann würde ich sagen, ich mache hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns morgen wieder. Bleibt mir gewogen. Und bis morgen. Ciao.